Hochwertige Räumlichkeiten an drei spezialisierten Standorten sorgen dafür, dass sie sich bei uns wohlfühlen und gewährleisten ihren sicheren Lernerfolg. Zum Beispiel im 1912 errichteten Löwenhof in der Stadtmitte. Heute Haupt- und Verwaltungsgebäude der VHS. Zwei große Säle, EDV, Tanz- und Gymnastikräume oder die großzügig angelegte Lehrküche. Die spezifische Ausstattung unterstützt sie optimal beim Erreichen ihrer individuellen Ziele. Genauso das Kreativzentrum Dorstfeld. 1300 Quadratmeter mit professionellen Werkstätten, Ateliers und Laboren laden zum kreativen Gestalten ein. Lassen Sie sich inspirieren oder professionalisieren Sie über Gründerberatung und Mappencoaching Ihrer Angebote. Zu guter Letzt Wasserschloss Haus Rodenberg. Weiterbildung in historischer Kulisse, Sprachenzentrum und berufliches Coaching. Das hochwertige Ambiente garantiert eine entspannte Lernatmosphäre und steht damit für moderne Didaktik in optimaler Umgebung. Ob bei Kochkursen, Sprachencocktail oder im Rahmen von Entdeckungen der regionalen Kulturgeschichte. Die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und gemeinsam Neues zu entdecken vermittelt Erfahrung abseits trockener Theorie. Ich bin im Ruhrgebiet viel unterwegs mit Gästen, also mit den Touristen oder mit Einheimischen. Man macht geführte Touren, Radtouren und dann kommen wir immer an tollen Highlights vorbei und über die Highlights erzähle ich dann immer was. Als Gästeführerin muss man sich natürlich auch die neuen Highlights ansehen und somit war das jetzt eine gute Gelegenheit hier Phönix West mal kennenzulernen. Es ist unterschiedlich, also die Teilnehmer die kommen teilweise außer aus Dortmund, aber wir haben auch natürlich immer wieder fest, Teilnehmer von außerhalb. Außer die hier. Ja, wo die Sonne scheint. Wir haben uns nach dem Kurs auch zu einem Essen mit unserer Lehrerin getroffen. Ja grundsätzlich nicht der erste Kochkurs hier in der VHS und ja, ich sag mal, italienische Küche wird ja hier in den breiten Graden auch immer ganz gut. Das Gesellige ist bestimmt auch im Grund. Man isst, man trinkt, man quatscht. Macht halt Spaß. Wir essen gern, wir kochen gern und Italien ist ein besonderes Erlebnis. Besonders lustig finde ich immer, dass man auch mit anderen Leuten zusammen ist. Wir haben jetzt extra getauscht, damit wir nicht in der gleichen Gruppe sind, weil man kann dann aus seinen eigenen Gruppen oder vom Kochen und so erzählen. Das ist immer sehr schön. Das ist nett, sehr empfehlenswert. Die Motivationen zum Lernen sind vielfältig. Mit mehr als 2000 Veranstaltungen pro Semester bietet die VHS Dortmund ein Angebot, das unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht wird. Der Bereich Sprachen. Muttersprachler, effiziente Methodik und individuelle Beratung stehen für unsere Kompetenz in diesem Segment. Mehr als 10.000 Buchungen pro Semester belegen dies. Die EDV. Professionelles Gestalten, Internetanwendungen, Programmierung oder Office-Programme. Differenzierte Einstiegsniveaus bedienen passgenau ihren individuellen Schulungsbedarf. Arbeit und Beruf. Erfahrene Coaches erarbeiten hier mit ihnen zertifiziertes Know-how und optimieren so ihre berufliche Positionierung über Fachkenntnisse und Soft Skills. Prävention und Vorsorge stehen im Bereich Gesundheit im Mittelpunkt. Die Krankenkassen honorieren dies, indem sie ihnen erhebliche Beitragszuschüsse für die Teilnahme einräumen. Zu guter Letzt der kulturelle Bereich. Veranstaltungen zu Theater, Kunst, Literatur und Musik laden Sie ein, Ihren ideenfreien Lauf zu lassen. Effiziente Kompetenzvermittlung im Firmenkundenbereich. In einem zunehmend komplexer werdenden Markt ist die Qualifikation der Mitarbeiter die wichtigste Grundlage für nachhaltigen Unternehmenserfolg. VHS Campus führt exklusiv für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen Inhouse-Seminare und Workshops durch. Sie als Auftraggeber definieren dabei den Rahmen. Sie bestimmen die Inhalte, die Größe der Lerngruppen, den Ort und die Zeit der Veranstaltung. Ausgehend davon entwickeln wir für Sie ein passgenaues Angebot. Genau zugeschnitten auf Ihre unternehmensspezifischen Anforderungen. Danach erfolgt die Umsetzung. Auf Wunsch auch gerne bei Ihnen vor Ort. Unsere bewährten und zertifizierten Konzepte garantieren effizienten Lernerfolg. Die Zufriedenheit unserer Kunden birgt dabei für den Erfolg. Die Zufriedenheit unserer Kunden birgt dabei für den Erfolg.